Es gab vielleicht ein paar Leute von euch, die Weihnachtskerzen aufgehängt haben, also so Schecken an den Weihnachtsbaum. Da gibt es eine wunderschöne Anleitung, wie man das eigentlich macht. Ihr habt das bestimmt eigentlich total falsch gemacht. Elektrische Weihnachtskerzen GWK 9091 aus Japan. Mit sensationellem Modell GWK 9091. Sie bekommen nicht zweitonische Gemütlichkeit vertrautes Heimloch. Auch Erfolg als moderner Mensch. Der andere ist geschleckt. Nach Weihnachtsgans aufgegessen. Und länger, weil Batterie viel. Zeit gut lange. Zu erweitern die Gemütlichkeit. Und auf Instagram ganz einfach Handbedienung von GWK 9091. Erstens. Auspack und Freu. Zweitens. Slippel A kaum abbiegen. Mit dem Klappen. Unser Klappen entgegen. Slippel B wohl in Remuneration von GWK 9091. Mit Klammer C in Sakko oder Jacke. In Sakko oder Jacke von Lebenspartner einfräsen. Und lächeln. Lächeln für Erfolg mit GWK 9091. Für eigenes Weihnachtsfeierung. GWK 9091 setzen. Für kaputt. Oder Batterie mehr. Zu Gemütlichkeit. Beschweren an wir. Dismarckstraße 4. Für neue Batterie, Altbatterie zurück. Für Sauberkeit in Deutsche Bahn. Ui! 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 Applaus